Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das geht doch, wenn man jedes Wochenende ein Beet macht. Sinnsuche des postkapitalistischen Individuums. Ich spüre in jedem Knochen. Hier ist aber ein Handgelenk, das war von gestern, von dieser Beetarbeit. Achso, du würdest das nur für Geld machen oder auch für Gemüse? Nee, nur für Geld. Warum sollte der Stadtmensch ohne Geld arbeiten wollen? Was ihn antreibt, ist Idealismus. Es ist jetzt praktisch so, dass fast jedes Huhn ein Ei am Tag gibt. Jeder hat eigentlich im Leben seine Aufgabe. Zeigen uns die Tiere. Ich meine, es kommt ja aus jedem Bienenvolk höchstens ein Drohnen zur Begattung. Und ich meine, die Begattung ist ja, das ist ja nochmal was ganz Spezielles. Also ich meine, die werden ja quasi im Flug begattet. Wie soll ich das nennen? Neue Lebensformen? Ich glaube, wenn, dann müssten wir wirklich eine große Familie sein. Ach, das ist nicht dein Mann? Nee, der Philipp ist mein Mann. Philipp, den kennen wir nicht, ne? Es ist nicht feministisch, zwei Männer zu haben. Das reicht nicht. Wo ist eigentlich der Mann? Wir brauchen ja den Mann noch zum Besamen. Und behältst du sie alle? Wir essen die alle auf. Ich liebe das, kein Weizen. Jeder, der das Essen noch fotografiert will. Überlegung Doppelpunkt. Geht es dem postkapitalistischen Individuum gar nicht in erster Linie um eine nachhaltige Herstellungsweise, sondern vielmehr um die Inszenierung seiner selbst, also darum, das glaubhafte Bild eines nachhaltigen Wesens abzugeben? Wir können ja auch einfach die Saftpresse von drüben holen. Ja, ich liebe das, mein Mann. Börst Och Untertitelung des ZDF, 2020